Herzlich Willkommen und bei uns lautet heute die Devise Freiheit den Formaten. In diesem Videotraining erkläre ich, wie Broschüren in der eigenen Wunschgröße gedruckt werden können. Hallo zusammen, mein Name ist Stefan Riedl, ich bin Grafikdesigner. Nach diesem Video seid ihr in der Lage, bei der Maßangabe eine nahezu maximale Flexibilität für euren Broschürendruck zu nutzen. Wir sehen hier in Acrobat habe ich bereits ein PDF aus InDesign exportiert. Es handelt sich hierbei um die Umschlagseiten, die Vorderseite zur Rechten, die Rückseite zur Linken und in einem weiteren PDF sehen wir nun die Inhaltsseiten. Wir können auch gerne einen Blick in die Einzelseiten einmal werfen, das heißt wir haben mehrere Inhaltsseiten und einen Umschlag dazu. Das überaus Besondere daran ist mein Freiformat, das ich gewählt habe. Wir haben 208 mm auf 192 mm, also kein Standardmaß inklusive 3 mm Beschnittzugabe, wie man es hier an den Rändern schon sehr gut erkennen kann. Und worauf nun geachtet werden muss, dass beim individuellen Wunschformat für eure Broschüre oder die eures Kunden bzw. Auftraggeber alles glatt läuft, das zeige ich euch jetzt und wir wechseln dazu auf die Startseite von ViaPrinto. Dort wählen wir unten bei den Broschüren die Broschüre mit Klammerheftung aus, doch fühlt euch davon nicht eingeschränkt, denn das Freiformat funktioniert natürlich ebenso auch bei Broschüren mit Ringösenheftung. Klicken wir einmal drauf, landen wir auf der zugehörigen Landingpage. Das besondere Highlight hierbei ist, dass wir unter Upload und Vorschau bereits eine Online-Ansicht unseres ausgewählten Formats finden. Das heißt, wir können hier schon bereits durchblättern und sehen ein DIN A4 Hochformat. Dies ist natürlich äußerst praktisch, da uns unser ausgesuchtes Format direkt visualisiert wird. Gehen wir nun in Produkt konfigurieren und wählen unter dem Reiter Format, sehen wir natürlich zu Beginn viele standardisierte Formate, aus denen wir wählen können. Hier unten steht jedoch freies Format und das ist genau das, worum wir uns heute kümmern wollen. Wir können hier einen individuellen Wert eingeben, der sich exakt daran orientiert, wie wir eben unsere Broschüre brauchen. Gebe ich nun die Breite und die Höhe meines Freiformats an, meldet uns das System automatisch, dass unter den Voraussetzungen, die wir gewählt haben, eine Änderung notwendig ist. Das bedeutet, wir müssen die Papierart und Weise ändern. Das machen wir automatisch, indem wir das übernehmen. Und wir sehen kurzerhand bereits in diesem kleinen Icon, dass sich auch hier das Format im Verhältnis angepasst hat zu den Breiten und Höhen, die wir natürlich eingegeben haben. Wichtig ist zu erwähnen, dass es natürlich für diesen Bereich auch eine gewisse Mindest- bzw. Maximalhöhe und Mindest- bzw. Maximalbreite gibt. Bitte berücksichtigt das bei eurer Dokumentanlage. Darüber hinaus findet ihr weitere praktische Hinweise im entsprechenden Datenblatt, das wir hier auf der rechten Seite finden. Da öffnet sich dann ein PDF für unsere Broschüre im Wunschformat mit zahlreichen Informationen, die uns weiterhelfen, dass alles glatt läuft. Die wichtigste Information, die ich euch an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, obwohl ihr ein Freiformat drucken wollt, achtet bitte darauf, dass ihr jeweils 3 mm Beschnittzugabe an allen Seiten manuell mit anlegt. Bei der Maßangabe des Freiformats im Konfigurator hingegen, dort geben wir natürlich unser Endformat an. Nun wechsle ich zurück zur Webseite, gehe in den Upload- und Vorschau-Bereich und habe auch hier schon eine Blanko-Präsentation meines gewählten Wunschformats. Via Drag & Drop kann ich nun ganz einfach die einzelnen Seiten hier hineinziehen und das machen wir in aller Schnelle einmal. Als erstes ziehe ich den Umschlag hinein, diesen wähle ich natürlich an und er wird automatisch auf U4 und U1, also Umschlagseite vorne und hinten, eingesetzt. Das gleiche wiederhole ich mit meinen Inhaltsseiten, die ebenfalls prompt hochladen, das dauert überhaupt nicht lange, geht ruckzuck. Aktiviere auch hier meine Auswahl und er ergänzt es automatisch in meinen Inhaltsseiten. Wie bereits erwähnt, kommt neben diesem praktischen Vorteil, dass wir unser Freiformat hier live anschauen können, auch noch die Funktion, dass das natürlich durchblätterbar ist. Wir können dazu einerseits diese Pfeile benutzen, die wir hier sehen, links und rechts, oder wir nutzen einfach hier oben die Ecke und können dann auch ganz bequem oben oder unten weiter blättern. Diese Online-Ansicht bietet mir als Grafiker eine unglaubliche Sicherheit für das, was ich jetzt vorhabe, nämlich einen hochwertigen Druckauftrag abzugeben. Da möchte man vorher schon gerne wissen, ob auch alles in Ordnung ist, ob alles richtig angelegt ist und natürlich, wie das denn im Ergebnis aussehen kann, um vielleicht im Vorfeld noch kleine Korrekturen zu erkennen, die notwendig wären. Das schafft ordentlich Sicherheit an dieser Stelle und deswegen gehen wir jetzt noch einmal zurück in unseren Konfigurator, sehen, dass dieser die Seiten bereits automatisch hinzugefügt hat. Inhalt 8 Seiten, Umschlag 4 Seiten, die Papierstärken wurden entsprechend unseres Uploads angepasst. Veredelung und Perforation brauchen wir in diesem Fall nicht. Eine letzte und auch wichtige Prüfung hingegen bietet der Datencheck. Den könnt ihr hier auf Profi setzen, dann schließen wir das Fenster und wir finden hier unten einen neuen Bereich, den dritten, und zwar Datencheck Profi. Dort könnt ihr euer Dokument, das ihr hochgeladen habt, vollumfänglich prüfen und das funktioniert just in time. Wir haben also genau in dem Moment, wo ihr auf diesen Button drückt, wird das überprüft. Ihr müsst nicht warten. Das System sprintet direkt los und liefert uns auch gleich ein Ergebnis. Einen ersten Indikator liefert dabei dieser kleine Pfeil zu unserer rechten Seite. Klicken wir da drauf, sehen wir auch im detaillierten Ergebnis, dass alle Checkpoints innerhalb unseres Dokuments tadellos sind und wir legen das Produkt nun in unseren Warenkorb. Anschließend fehlt uns noch ein kleiner Schritt. Wir gehen natürlich zur Kasse, können hier eine Bestellreferenz angeben, zum Beispiel in meinem Fall das Video. Akzeptieren noch einmal die Datenschutzerklärungen. Auf der rechten Seite könnt ihr natürlich nochmal die einzelnen Stationen zurückgehen und wir gehen auf Jetzt kaufen. So, wir dürfen aufgeregt sein, denn schon bald haben wir unsere neue Broschüre in den Händen und ihr habt gesehen, wie spielend leicht die Arbeit mit freien Formaten ist. Das ausgeklügelte System auf der Webseite hier, das lotst uns einerseits sicher ans Ziel und sorgt aber andererseits auch für Plausibilitätsprüfungen, damit der Upload natürlich korrekt ist. Und zu guter Letzt liefert es natürlich einen entscheidenden Vorteil, nämlich dass das Wunschmaß auch noch vor der Bestellung live in der Online-Ansicht angeschaut und überprüft werden kann. Ja, und jetzt, da wir die Ketten des allgegenwärtigen Standards gesprengt haben, wünsche ich euch viel Freude mit euren eigenen, individuellen Wunschgröße für die nächste Broschüre. Tschüss, euer Stefan Riedel